Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute mit dem Thema Mein Tag mit Dr. Heinrich Kusch. Und du siehst es auch schon, ich bin nicht zu Hause, sondern ich bin eingeladen worden zu einem Interview. Und die beiden wohnen ja in Österreich. Ich bin gerade in Wien. Und dieses Video nehme ich auf, nachdem ich mein Interview bereits mit ihm geführt habe. Und ich wusste gar nicht, was mich erwartet und habe dann, als ich gestern im Bett lag, nach diesem Interview, also wir haben es in einer Höhle geführt, sind mir so viele Sachen noch hochgekommen, wo ich dachte, ey, das möchte ich einfach auch noch teilen, um das dem richtigen Rahmen zu geben. Vor allem habe ich auch ganz, ganz viele Bilder. Da dachte ich mir, ich nehme nochmal dieses Video auf. Also dieses Video ist praktisch nach dem Interview aufgenommen worden, aber ich werde es als Vorbereitung auf dieses Interview veröffentlichen, damit du halt auch, ja, so ein bisschen mitgenommen wirst. Also es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, erst mal eingeladen zu werden von den beiden Menschen, deren Arbeit ich wirklich extrem schätze. Sie haben mir auch mein Buch Versiegelte Unterwelt für mich signiert. Hier herzlichst für Kai von Heinz und Ingrid. Und also auch dann vor Ort, da werde ich dir gleich noch was zu sagen, haben sie mir dieses Buch mitgebracht, Asiens Unterwelt, wo auch, also ja, der Dr. Heinrich Kusch meinte, das ist so faszinierend. Wie gesagt, ich will nicht zu viel vorgreifen. Ja, aber also das ist ein ganz, ganz besonderes, also eine besondere Einladung und auch für mich ein ganz besonderes Gefühl. Hey, okay, ich habe wirklich die Möglichkeit, einmal nach Wien zu reisen und dann halt in die Steiermark zu fahren und mich mit den beiden zu treffen. Und also die Freundin, die die beiden kennt und das halt auch organisiert hat, meinte, ja, die beiden sind schon auch dankbar, also dass du ja ihre Arbeit so vorstellst. Und da dachte ich so, naja, mal sehen, ob das wirklich stimmt. Und ja, ich habe es einfach gemacht. Die Order war einfach, hey, Sie haben irgendeine Überraschung vor, bring feste Schuhe und eine Taschenlampe mit. Habe ich auch gemacht, ohne zu wissen, was mich erwartet. Ja, und dann sind wir gestern losgefahren in die Steiermark in Richtung Graz. Und das war wie in einem Quentin Tarantino-Film. Wir sind dann also von der Bundesstraße einfach, ja, in so einem einsamen Gasthaus angehalten, mitten im Nirgendwo in der Steiermark. Und also es war wirklich, wirklich abstrus. Also ich dachte so, okay, ich vertraue allem so, aber ja, da war dann halt einfach nichts außer diesem Haus. Ja, und dann saßen wir da und es ist schon wirklich ein, also besonderes Gefühl, ja, wenn dann auf einmal die beiden in der Tür stehen, so Dr. Heinrich Kusch mit so einer typischen Frisur, wie man ihn halt auch aus den Vorträgen kennt. Ja, und dann die beiden da einfach kennenzulernen. Und ich muss sagen, also so mein Eindruck, ich kannte sie ja bisher nicht, hat mich wirklich nicht getäuscht. Es sind so ehrliche und authentische Menschen. Und also die ganzen Geschichten, ja, also auch wirklich wie beide ihr Leben, diese Erforschung von Höhlen, also und nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz da hingegeben haben, wie der Dr. Heinrich Kusch erzählt, wie er schon als kleiner Bub in den Höhlen herumgeklettert ist und also damals halt noch wirklich teilweise nur mit einer Kerze und dann da auch, also dass es nicht ganz ungefährlich war. Da waren dann die Munitionskisten, die nach dem Krieg da einfach gelagert wurden. Und ja, da waren dann halt auch wirklich, da war scharfe Munition drin. Teilweise haben sie auch so Kisten mit Handgranaten gefunden. Und als Kinder, also haben sie sich ja noch nichts dabei gedacht. Und er meinte auch, ja, die Soldaten waren da, haben ihnen halt gesagt so, hey, das muss immer gesichert sein und seid vorsichtig und so. Und es ist nie was passiert. Und ach, einfach ganz, ganz viele von diesen Geschichten, wo ich halt gemerkt habe, so, das ist wirklich krass. Und auch wie viel Zeit und Herzblut sie da reingeben, ja, noch eine Höhle zu erforschen, dann noch in einen Keller reinzugehen und so über die Projekte. Das hat mir ganz stark gezeigt, sodass mein bisheriges Gefühl auf jeden Fall stimmt, dass die beiden also super wahrhaftig authentisch mit ihrer Arbeit sind und da halt einfach alles für geben, um dann noch weiter forschen zu können. Und dann sind wir, jetzt kommt das ja mit der Überraschung, irgendwann so auf die Uhr geguckt, so, naja, jetzt müssen wir aber langsam los. Und dann, ja, einfach da durch die Steiermark gefahren. Und das sind ja auch, also Serpentinen, Tempo 80. Ich habe gemerkt, also Tempo 80 kann in so engen Serpentinen, wo es dann auch so steil nach unten geht und nur so Wälder stehen, das kann sich schon ganz schön schnell anfühlen. Ja, und dann irgendwann abgebogen. Ich habe nur so ein Schild gesehen, Lurgrotte, dann nochmal durch den Wald und also irgendwann angekommen, da stand dann im Tal nur noch ein einziges Haus und ja, so 20 Meter hohe Bäume und also es ging halt so steil nach oben. Und ich stand zuerst vor diesem Haus und dachte mir, na gut, Lurgrotte, dann wird es hier wahrscheinlich eine Führung geben. Zuerst dachte ich, hey, vielleicht gehen wir in den Erdstall. Aber dann dachte ich, okay, es ist alles, alles okay. Ja, ich bin ja hier eingeladen, ich erwarte gar nichts. Und dann bin ich um dieses Haus rumgegangen und dann sehe ich so, was der Eingang zur Lurgrotte eigentlich ist. Also so ein riesengroßes, ja, also so schwarzes Höhlenloch eigentlich und auch die Höhle so, also riesengroßes Gestein. Man kann das auf den Bildern und auf den Videos überhaupt nicht richtig einfangen. Dieses Gefühl, wenn man davor steht und einfach merkt so, boah, krass. Also was das für Naturmächte sind, die sich da bewegt haben und diese Höhle haben entstehen lassen. Und dann habe ich halt auch gemerkt, so, oh, wir sind die Einzigen. Sie kennen denjenigen, der da die Führung macht. Und auch so ein Österreicher, ja, ich habe also so einen krassen Akzent. Ich habe fast gar nichts von ihm verstanden, aber er hat immer so kleine Witze einfließen lassen und hat uns auch erklärt, dass da auch Hochzeiten, alles Mögliche stattfindet. Aber dass wir an diesem Tag die Einzigen sind, er macht uns das Licht an und hat dann mit einer Schubkarre so Sekt reingefahren und meinte, ja, kühlen muss man den ja nicht, ist ja immer die gleiche Temperatur da unten. Also es sind konstant neun Grad. Und dann ist er irgendwann rausgegangen und meinte so, ja, ja, ruft mich an, wenn ihr fertig seid, macht die Tür zu und macht dann das Licht aus. Und dann waren wir wirklich die Einzigen in dieser Höhle. Ja, und sind dann reingegangen, erst mal auch Fledermäuse, die da halt hängen, so ganz kleine Fledermäuse, die sich, also da ist ja natürlich auch Licht und die auch merken, wenn man da vorbeigeht. Also sie spüren die Wärme, aber sie schlafen einfach weiter, das stört sie nicht. Und sind dann in einen riesigen Höhlendom gekommen, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also ich will nichts Falsches sagen, gefühlt waren es 150 Meter in der Länge und er war bestimmt auch 30, 40 Meter hoch. Ja, Dr. Heinrich Kusch würde erst einmal sehr genau die Daten auf jeden Fall korrigieren. Aber es war wie, ich dachte immer wieder an Herr der Ringe, also die Zwerge in Moria, so sah das aus, also die beleuchteten Wege. Und wir sind halt so einen Weg oben lang gegangen und man schaut halt so rein in diese riesige Höhle. Das war einfach krass. Und dann waren wir in verschiedenen Räumen oder auch vorher abseits der normalen Wege, weil der Dr. Heinrich Kusch hat sehr lange in dieser Lurgrotte geforscht und Ingrid Kusch auch. Und deswegen war halt klar, hey, du darfst da überhin, du kennst dich ja eh aus. Und dann hat er uns auch Bereiche gezeigt, wo einfach eine Treppe 80 Meter nach unten geht und da war aber auch kein Licht. Also man kann da so runterleuchten und man denkt so, wow, was ist das hier? Also dieses Gefühl kann man einfach nicht beschreiben, in so einer menschenleeren Höhle zu sein, wo es nach unten geht, wo einfach nichts ist. Also, wow, krass. Und dann waren wir in einem Raum, wo der Riese, also ein riesengroßer Stalaktit hängt, also tonnenschwer und also unten noch so ungefähr einen Dreiviertelmeter bis zum Boden hat. Und da haben wir dann auch unser Interview aufgenommen und später höre ich, wie also zwei Frauen, die mitgekommen sind, wie sie so singen in diesem Raum, also so, aber so chanten, ein Om. Und dann dachte ich mir so, oh, was ist das? Das hat richtig erhaben geklungen und dann dachte ich, ich gehe nochmal hin, habe gesagt, mach das mal bitte nochmal, was habt ihr hier gerade gemacht? Und dann haben wir zusammen dieses Mantra Om gesungen und das war was, wo ich gemerkt habe, so, wow, also so, als würde die Höhle auf einmal sich freuen, dass da Leben in ihr ist. Also ich dachte so, ja, ich kann dieses Gefühl bis dahin gar nicht beschreiben, aber da habe ich richtig gespürt, dass die Höhle so, also wie zurückschwingt, so, oh, ist das schön, hier ist mal Leben drin, hier ist, also vor allem auch diese Lebensfreude, dieses Singen und was es bedeutet und da dachte ich mir so, wow, was würde denn passieren, wenn wir da unten mal eine Zeremonie machen und ganz getragene, ruhige Musik machen und da dachte ich mir so, wow, ich habe auch, ich habe natürlich meinen Kakao dabei und auch den Blauen Lotus, habe den beiden das auch vorgestellt und also auch den anderen, die dabei waren und also die waren wirklich, ja, sofort offen dafür und da dachte ich mir so, wow, also das ist was, das kann wirklich sehr interessant sein, also wenn man diese, ja, das, also nicht aufgewühlte und höher rumspringende Leben, sondern dieses, dieses Getragene, dieses, was man in Zeremonien hat, diese ruhige Musik, diese, diese friedvolle Musik, diese, also es heißt ja nicht umsonst Healing Music, Medicine Music und wenn man das in diesen Ort bringt, wo normalerweise nur Dunkelheit ist und Stille und dann natürlich achtsam mit Kerzen ganz ruhige Musik reinbringt und, ja, dieser Höhle einmal so Leben schenkt, ich glaube, das kann ganz, ganz interessant sein, ja, und werden wir bestimmt mal planen. Für mich das Wichtigste und das war auch meine große Frage, wie sind die beiden und aus meiner Sicht sind extrem gewissenhafte, wahrhaftige und authentische Menschen und das ist wichtig, weil, also sie haben mir so viel erzählt von, also gut, Kritik an ihrer Arbeit bis hin zu, ja, wo halt wirklich versucht wird, das, was sie da machen, einfach zu stören und kaputt zu machen und teilweise auch, also die anderen beiden, die dabei waren, was die mir erzählt haben, also ich sag mal von Kritik auf dem Level von Faktencheck, wo halt, also wirklich intellektuell versucht wird, irgendwas in den Dreck zu ziehen, aber wenn du wirklich mit Herz da rein spürst, merkst du, hey, du bist doch gar nicht auf der Suche nach der Wahrheit, dir geht es doch nur darum, verintellektualisiert was in den Schmutz zu ziehen, aber du bist doch gar nicht offen, du gestehst dem doch gar nicht zu, die Möglichkeit, dass es so sein kann, also du hast ja eine Intention, so ihn niederzuschreiben, bis hin wirklich, dass sie meinten, da waren Kritiker, die gesagt haben, ja, in der Zwölf Apostelzeche, da stehen ja nur bemalte Leinwände rum, wo man halt wirklich lacht, aber das Ziel dahinter ist ja immer klar, diese Arbeit schlecht machen und ich sag mal, die Menschen, die sich dafür interessieren, irgendwie davon fernzuhalten, dass es wahr sein kann, was sie in ihren Büchern schreiben, dass es wirklich stimmt, dass die Datierungen stimmen, dass die Exponate alle richtig sind, dass es halt einfach, ja, folgerichtig die Menschen dazu führt, darüber nachzudenken, naja, Moment mal, wenn das stimmt, was bedeutet das dann? Und ja, das ist halt eben interessant, weil, also ich kann verstehen, dass es sowas gibt, weil es verändert was, es verändert wirklich dein Weltbild, es verändert deine Sicht auf das gesamte Leben und, also, ja, es verändert vor allem die Wahrnehmung auf die Welt unter unseren Füßen. Da, wie gesagt, also die Interviews von Dr. Heinrich Kusch, da redet er ja auch über unterirdisch lebende Völker, die unterirdischen Anlagen und wenn man das ins Bewusstsein holt, dann merkt man, was wir hier oben machen, das ist ein Teil von dem, was in dieser Welt passiert und vor allem ändert es natürlich auch unsere Sicht auf, also, dieser ganze Politik-Bullshit, schließt mir ein schlüssiges Bild, warum gerade alle sagen, guck mal nach oben in den Weltraum, ja, guck mal nicht in den Weltraum, guck mal nach unten, was passiert denn gerade da? Ja, das ist auf jeden Fall interessant, das mal umzudrehen und das habe ich ja auch in meinen anderen Videos schon gesagt, hey, warum in meinem Weltraum? Also, und das ist ja ganz oft Mainstream-Medientaktik, ja, ja, guck mal nach oben und ganz woanders passiert dann was. Ja, also, es ändert nicht nur unsere Geschichte, es ändert auch letztendlich unser Selbstbild, unser Bild auf unsere Fähigkeiten, weil wenn wir ganz woanders herkommen, wenn wir ganz anderen Kontakt früher hatten, wenn wir, ja, einfach eine ganz andere Geschichte haben, dann bedeutet das, hey, was sind denn möglicherweise schlummernde, brachliegende Fähigkeiten, also, oder auch, was haben denn, wenn es diese Völker gibt, was haben die denn für Fähigkeiten? Was ist denn, wenn die Geschichten stimmen, dass die Quarzkristalle zum Leuchten bringen und daraufhin eben ihre Welt beleuchten oder an die Oberfläche kommen, weil sie sagen, ja, also diese sonnengereiften Früchte, die haben einfach einen ganz anderen Geschmack als das, was ihre Möglichkeiten hergeben. So, das sind ja die Geschichten von den Bauern und also alles, was so überliefert ist. Ja, und das verändert halt eben auch den Blick, den wir in unsere Zukunft werfen. Also, wenn unsere Geschichte anders ist und wenn das jetzt anders ist, wenn jetzt gerade was ganz anderes passiert, dann bedeutet das auch was, dass wir anders sind. Dann bedeutet das, dass wir einen ganz anderen Weg in unsere Zukunft gehen und vielleicht uns entscheiden so, hey, also so, weiß ich nicht, ob dann dieses Hamsterrad, was uns immer gezeigt und vorgelebt wird, ob das der richtige Weg ist oder ob wir dann nicht den ganz anderen Weg einschlagen und sagen so, also, wenn das stimmt, wenn das gerade passiert, dann will ich ein ganz anderes Leben leben. Dann will ich wissen, was los ist. Dann will ich mich ganz anders einbringen in diese Welt. Und ja, das ist auf jeden Fall, was mir gezeigt hat und wo auch im Interview der Dr. Heinrich Kusch gesagt hat, das verändert halt einfach, das verändert dich. Ja, ganz, ganz spannend. Wie gesagt, ich werde das alles vorbereiten, da die ganzen Bilder auch mit reinnehmen in dieses Interview und dann werde ich es dir so schnell wie möglich veröffentlichen. Erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wie immer natürlich danke an alle, die mich unterstützen und wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner.